Hallo Ja was ist reinkommen? Jetzt live anzünden, gg Ich hoffe, jetzt funktioniert es, dass wir auch mit Heidel Ich habe ja noch Glück im streamen Du kannst nach dem streamen schauen und zeigen, was ich machen muss Ich bin völlig überfordert Das am Anfang Ist verdammt Also Ich könnte es nicht einfach machen, dass ich hier auf dem Boden spawne Ich muss hier runterfliegen, das ist verdammt für nichts Ja 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 Aber ich glaube, in der ersten Person ist schon geil, bin ich ehrlich Mhm, das finde ich auch geil Gibt es da so Emotes? Gibt es Emotes? Oh, ich habe... Ich habe... Oh mein Gott, ich habe ein paar Jungs geboxtet, ja Mann, komm da rein Ja Mann Ich habe angefangen, es ist auch sehr unnötig, ich sehe da einfach so Blackout Ja Mann Ja Mann Komm zu der Flussstadt Los, los, los Flussstadt Das hat mir jetzt so keinen Sinn, Alter Flussstadt Ja Mann Du hast ja lange Dann werden wir eigentlich auf der Talsperre Was ist die Talsperre? Es ist dieser... Ja Alter, ich gehe direkt runter. Oh mein Gott, es sind verdammt viele rausgegangen. Oh mein Gott, ja, ich sehe dich da unten. Fuck, immer eine Waffe. Das ist ja gar kein Laut. Was ist das? Wir sind immer im gleichen Zimmer. Im Zimmer am besten. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine geile Waffe. Oh Gott, dann geht es nicht zu Hause. Warte, komm mit, ich begleite dich. Bei mir ist irgendwo einer. Ja, hinter mir. Ich habe meinen ersten Kill. Ich kann es jetzt. Ich komme zu dir. Der Scheisse ist so abgehauen, aber ich bände jetzt einfach nicht auf. Hier gehe ich mal ein Zielfernrohr. Kann ich das auch wieder darab tun? Kann ich nicht, oder? Ich nehme lieber das Reflex. Hinter uns, irgendwo kommt einer. Ich gehöre Steps. Was ist das da unten? Ich habe irgendwie das Perk aufgenommen, oder so. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Geh mal Auto fahren. Okay, okay. Warte, wir müssen hinten rum. Nicht das Auto, das ich meine, sondern ein anderes. Das ist hinten bei der Tankstelle. Das können wir fahren. Oh, das Fette. Ja, das Fette. Hinter uns. Hinter uns zwei. Hinter uns zwei. Komm, komm, komm. Da oben. Komm, komm. Oh! Er ist auf dem Dach runter. Oh mein Gott. Er hat mich so geraped. Ich bin so verschrocken. Er hat mich durchs Auto gepolzt. Alter, die sind verdammt. Ich meine, die sind verdammt. Er hat mich richtig geraped. Ey, der Pisser-Alper. Der hat mich durchs Auto gekillt. Aber es macht schon Spass, Alter. Jesus. Musst du irgendwie Ready drücken, oder so? Ah, bin ich jetzt nicht bei dir? Nein. Ah doch, ich bin noch bei dir. Keine Ahnung, wieso. Er ist nicht schön bei mir. Aber ich hoffe, ich habe nur Zeit gestellt. Nein. Spüren wir DUS oder Vierer? Äh, ich habe DUS gestört. Okay. Boah, wo lande ich da? Oh mein Gott, Alter. Weisst du, das ist ein klein harte Aids. Du bist Black Ops 1 Map Anlage. Weisst du, das ist ein klein Aids. Die Grafik ist schon nicht so angenehm. Ja, gerade. Wo könnte ein Raid sein? Ich weiss auch nicht, wo er das Raid ist. Shrill Talk. Alter, die Totboxer von den Jugos alten. Komm mal, Alter. Komm da, Alter. Komm da, Alter. Komm da, Alter. Komm, Alter, mein Gott, Alter. Komm, Alter. Ohio, wo ist Popern, Tommy? Wo hast du markiert? Könnte sein. Wir sind hier! Komm da rein! Komm mal RUKU! Komm mal RUKU! Tschüssi, Schütt, ich stehe! Eyo, n***a! Eyo, n***a! Eyo! Eyo, n***a! Eyo, n***a! Nein, das ist nicht gut Ich gehe fort mit dem Spieler! Eyo, was ist das? Hey Tschüssi, ich fliege völlig falsch! Wo muss ich hinfliegen? Tschüssi? Eyo? Ich bin bei RUKU! Also nicht bei RUKU, sondern bei dem, wo wir markiert sind Ah nein, ich bin voll nicht bei dem! Eyo, n***a! Tschüssi, haben wir gerade angefangen? Ja! Ich bin bei RUKU! Ich habe das fette LMG! Der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen! Ey, wir sind nicht immer der Zonen-Schiess, was spießt falsch? Ey, Jungs, nächstes Weekend habe ich Sturmflug und Samen für Sonntag! Oh, ich habe Tomac aufgenommen! Cool Mann! Ich bin bei RUKU! Ich bin bei RUK! Ich bin bei RUK! Ich bin bei RUK! Come on! Ich bin bei RUK! Ich bin bei RUK! Ich bin bei RUK! Oh mein Gott, ich gebe mir Gas, ach so, ach so, hä, ich steuere mit dem Stick, ach so, UAH! Wo gehts durch? Gehen wir ab auf die Suche nach Raid, Alter. Wissen. Pofi, du da drauf hockst, Alter. Oh mein Gott, da kommt Raid Syphilette. Wo ist es markiert? Das ist so rot. Hey nein, es ist doch gerade hier oben, es ist nicht Raid. Meeeh, meeh, meeh, fuck, Alter. Also Nicol, das ist ein Video, du bist immer der. Gesehen wir da irgendwo Raid? Ein riesiges Tier, Alter. Ich sehe kein Raid, Raid, Raid. Und da? Da ist auch kein Raid. Jetzt sind wir vorne. Ja, wollen wir zu den Baustellen? Mein Name ist Raimund Ringele. Gibt es eine fette Runde? Nein, scheissegal. Ja, es gibt eine richtige Runde. Es gibt auch so, aber so ein bisschen richtige Runde. Oh shit, Alter, ich bin am Quadfahren, Jungs. Das ist das geilste, was ich jetzt gibt. Sind wir schon die vierte? Ich und das Schweissspiel gerade zum Zweiten. Wir können also gerne Ben und Noano aufnehmen. Spass, hör mal, Arno. Was ist das für ein Brok? Es geht schon für 10 Minuten. Tschüssi, komm wieder drauf. Ach Gott, du wirst mal belauten. Nein, nein, nein. Wo solltet man? Bei mir ist 108 Minuten gegangen. Also es geht schon für 10 Minuten. Wow, droppt er einfach seine Waffe. Oh, was? Suchen wir einfach mal. Oh nein, kann man du machen. Oh Tschüssi! Nein, bist du komplett gestorben? Ich bin komplett tot! Ja, und danke für den Loont. Oh mein Gott, du wirst... Oh mein Gott, du wirst... Oh mein Gott, du wirst... Ey, ihr... Ich hab jetzt nie gestillt. So ein nass Geburt! Ey, 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 ich höre Leute. Dieter, siehst du mich mit dem Auto? Die holen wir, Alte. Ich bin nur ein Pinsel, Mann. Alte, ich hab gar nicht gewiss, dass es geht. Schau, nicht immer Snack, Alte. Oh mein Gott, weisst du welcher Wandshot? Schau, schön, Alte. Lass im Endeffekt. Ich fahre nur noch 20 Schüsse. Fuck! Ich muss flüchten! Oh, da ist ein anderer Quad! Oh, komm da hinten! Fuck, der hat einen Mate hinten drauf. Ich bin so dead. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wo wollen sie landen? Ey... Ähm... Riff, Tschüssi, Alte. Also Gin-Killer ist ah, Alte. Jungs, ihr könnt euch mit dem Auto selber gegenseitig überfahren. Es passt besser auf. Hast du den Tschüssi überfahren? Ja! Und ich hab ja nicht nur Nox. Ich hab nicht nur Nox, ich bin nochmal drüber gefahren. Hahahaha! Hahahaha! Oh, ich hab nachschossen, Tschüssi! Hahahaha! Ja, easy. Ich muss auch schon noch auf den Camp halten. So, Tschüssi! Du schaust mir ja gleich zu, oder? Ja! Wir können zu! Warte, ich hab mich verklickt. Naja, ich hab mich aber verprassert. Hahahaha! Alarte, es ist doch... Hahahaha! Hahahaha! Sie heisst. Hahahaha! Geschichte, das ist Fringe! T월i, das ist Fringe! Ja, genau! Fringe! Hahahaha! Hahahaha! Also warte, wie mach ich jetzt? L2 steht unter uns! L2 steht unter uns! Wo unter uns? L1 steht, Alter! L1 steht, Mann! Bei mir steht L2! Ja, das ist er verkehrt! Ah, tschüssi, du hast die Tasten verkehrt. Oh mein Gott, die sind so dumm. Das sind die grössten Recards. Oh mein Gott, du willst mich komplett verrauschen. Ist das ein Shotgun? Das ist ein Shotgun. Ich bin ein Quitter, ich kann mich da ran. Es ist nicht voll unfair, wenn du im vordersten Helikopter bist. Ist das nur der frische? Wir müssen alle gleiche. Ah! Ich habe es noch geschafft, ihn zu boxen. Jetzt checken wir es langsam. Jetzt kommt es langsam. Also Teamkill ist an, ich bin nicht mehr überfahren. Überfahren. Oh Mann, oh Gott. Das Fliegelding ist ja schon nice. Aber am Anfang finde ich es unnötig, dass du in die Lobby fliegst. Ja, das ist ein bisschen komisch. Vor allem, du gehst ja voll an Boden irgendwie. Nein, falsche Hilfe! Äh, Hilfe! Aber das haben ja noch Geld, dass der anzeigt, wenn der Fallschirm kommt. Mhm. Ich finde es noch nice, dass du auch siehst, wie viele Spieler am Metal Bulls Buss sind. Ah! Ah, schade! Oh mein Gott, ich habe gerade das Auge aufgelassen. Griff, rauf, hau! Wenn irgendjemand weiss, wo das Raid ist, auf dem ein Bitli-Saggezahlt. Oh mein Gott. Es gibt eben Frains. Was? Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Es gibt's Fringe Haus,aro,aro. Was hast du das gesehen? Keine Ahnung,aro. Du musst los,aro. Gehen wir mal auf Nuketown Insel, ist gut. Oder kannst du Cargo... Hey Juicy, du kannst sicher Cargo von Black Ops 2 oder? Ja, ja, ja. Geh'n er. Lass mich nach. Nein, gehen wir auf Nuketown Insel, wir sind viel näher von Nuketown. Ich konnte mich auf Boxarten. Ja, aber dort fährt unser Fuss genau drüber. Mal Donski, waffel, check's Mal Donski. Hey, komm mal Nuketown! Schau auf die Box, wo sie nicht tradest. Okay, 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 okay. Ich hab's gefunden, Realtalk. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Markier's. Ähm... Ist's da O, oder? Ja, ja, voll. Nice. Nein, ich rauskomm's! Ich rauskomm's! Ich rauskomm's! Scheissstand, siehst du das? Ja. Firing Range. Ey, wir müssen mal einen Karuzen finden. Ey, Junge, Karuzen fahren ist so lustig, Alter. Hast du Healing Stuff? Healing Stuff? Ja. Ich hab's schon voll Damage genommen. Ich hab jetzt 6D, Junge. Ey, du kannst nicht nur eins spalieren lassen, irgendwie. Ist das so wack. Ey, ich hab nur eins heal. Ich hab's schon mal einen coolen Ding. Es wird sich eine Waffe. Du drückst, drückst, drückst du drauf mit dem Kurse und drückst mich ein. Ist ein Gegner bei dir? Ja. Nein, 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 ja. Komm! Oh mein Gott! Äh, was? Nein, der fack! Mach mit! Kann man da nicht mit dem Brachhahn fahren? Stoßgegner! Oh! Wir wollen hier! Wir wollen hier! Wir wollen hier! Ach, wir sind so unten! Ich bin richtig angedetet! Alter, ich bin richtig gut, Alter! Hane, Hane! Wo ist der andere? Ich bin da oben gesurrt! Da! Nein, nein! Nein, nein, ich bin... Wie weit muss ich jetzt runter? Ah, verdammt wenig weit, Alter! Er ist in 6... Gehört oben Schüsse! Ein paar Sniperer, Alter! Ich habe Sniper! Nein, es ist kein Sniper! Aber es ist ein heftiges Visier drauf! Wett auf dem Scheiss... Turm damit zum Sniper! Hä, wie will ich noch fahren? Ist denn ein Helikopter? Tschüss, ich gehe Helikopter fliegen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Visier! Alter, ich gehe so Helikopter fliegen! Hä? Fahren ist ja richtig komisch! Nein, du musst nur reinkommen! Du musst nur reinkommen! Mit dem linken Steak... Mit dem linken Steak... Mit dem linken Steak... Mit dem linken Steak ist Gas! Was ist beim Helikopter eigentlich? Ich glaube, was ich finde jetzt raus und sonst stirbt sie halt ab! Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist ein Sniper, Alter! Obfix-visiert! Obfix-visiert! Oh mein Gott! Ich habe das ganze Squad hier mitnehmen! Ich gehe zu Raid, Uu! Raid ist ja zum Drop, oder? Hä? Ja genau, Raid! Ja, genau! Ja, schon! Osterab und Zone! Oh fuck! Ich gehe nicht so Raid! Hä? Was gibt es denn auf dem Map, wo ich ansehen kann? Wo ich dann über die... Oh mein Gott! Ah, ich gehe zur Turbine! Alter, jetzt werde ich das so richtig Quack snipet! Stell dir vor, Tschüssi! AG4! Uuuhhh! Böbe! Da kommen Zombies! Da kommen Zombies! Kommt! Kommt! No stop! Ah ja, Zombies gibt ja auch... Ja, es gibt ja... Es gibt ja auch einen Zombiemap! Es gibt ja auch einen Zombiemap, Tschüssi! Es gibt ja auch einen Zombiemap, Tschüssi! Uuuhhh! Ich habe einen Zombiemap! Ich habe einen Zombiemap! Ich habe einen Zombiemap! Ah! 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 Soll ich landen? Probieren! Was ist das? Ich Angst, das sind doch 10.000 gegen... Oh, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Ich hole einen Alten! Ich hole einen so weg Alten! Hoi! Oh Schade! Kommt! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott! Ich bin fast One-Shot mit Wim-Hally! Oh mein Gott! Ich bin fast One-Shot mit Wim-Hally! Ich bin fast One-Shot mit Wim-Hally! Er brunt! Oh mein Gott! Das ist total realistisch! Ich habe einen Zombiemap! Zwei! 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 Es ist so schwer im Fahren! Zwei h Gong! Zwei! Zwei! Es ist so schwer ich zu Fahren! J emotions! Ich bin so krank. Hast du den Mantel gesehen? Der ist auch richtig heftig. Er steht irgendwo und schiesse ich auch. Und verdammt Angst. Komm, 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 komm. Chaser. Oh! Oh! Uppdate installiert. Ah! Er muss ausstehen. Uuh! 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 Ich bin 100,5 Kappen-Hure-Angst! So eine Kappen! Hinter mir, hinter mir! Fuck, ich habe keinen Schiss mehr. Ich habe keinen Schiss mehr. Ich bin so komplex, jetzt schiesse ich. Fuck, ich habe keinen Schiss mehr. Adob! Adob! Ey, ey, ich höre alles, ich höre alles. Ich habe keinen Schiss mehr. Ich bin so komplex. Ach mann, Alter! Achtung, lass mich finischen! Nein, komm, rechts! Ich finische mich. Ich muss Schüsse holen. Seine Waffe! YOLO! Oh, no! Ich bin hier nicht aufgekommen. Was trifft denn? Ich arbeite besser, Alter. Wem kann man da entscheiden? Wem kann man da rausquick? 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 Wem geht's. Wem kann man da rausquick? Mm, go! Wem kann man da rausquick? Ich habe Angst, die sind doch hier irgendwo. Ah, jetzt kann ich erst joinen. Ah, fuck, Alter. Wie soll ich noch joinen? Wirklich, ich muss noch weiter treffen. Es ist doch nicht so oft rumlaufen, ich habe Angst. Ich habe Hilfe. Ich bin auch die Kampflässe. Nein, ich bin nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden. Ich bin jetzt zufrieden, ich schwirr immer. Woah, 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 tschüssi. Stolz verfallen. Nein, 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 nicht Stolz verfallen. Als ob Grappling Hook. Ja, Grappling Hook. Ich verstehe das auch nicht, wie sie das gemacht haben. Sind die blöde? Oh mein Gott, Alter. Ich bin vielleicht am durchboosten zum Auto und... Immer zu boosten? Fünfmal war ich es. Fünfmal. Oh, was muss ich machen? Ich bin müde, das ist die Lotto. Ah. Woah, was ist das für ein Gerät, Alter. Ich nehme lieber den Buggy vor, bin ich ehrlich. Alter, ich kann nie gar nicht. Oh, ich bin ja völlig behindert. Oh, was ist das für ein Gerät? Oh, was ist das für ein Gerät? Oh, was ist das für ein Gerät? Fuck, ich bin dumm, Alter. Jungs, einer bei 120. Wir haben heute die Hälfte. Wir haben heute die Hälfte. Wir haben heute sicher alles schon weggehalten. Ey, 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 kommt da ein Loot Drop. Oh, tschüssi, ich snap jetzt alle bei einem Loot Drop. Ben, schau dir das Movement aus. Achtung. Ah, scheiße. Tidakos, Mann, hilf mir. Ich habe zwei Kills, drei Leute, schau mir zu. Ich bin Fame. Ey, vor mir sind gerade Leute. Ich bin der Conor McGregor, sonst hättest du... Ich bin jetzt noch... Nein, nein, nein. Was muss ich machen? Schau jetzt, schau jetzt. Beautiful Snipe. Zwei, zwei, zwei. Ja, hallo, die sind jetzt in der Busch hinten. Das ist genau das für Fortnite. Nein. Nein, doch. Ja, ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Oh nein. Was muss ich machen? Muss ich loskumpen? Kreiskollaps. Oh nein. Wings you. Sie fahren, sie fahren. Schau jetzt. Werden fahren. Oh, ich habe verkackt. Ich habe eine Karte. Nein. Oh, ich treffe nichts. Zensi ist zu hoch. Real Talk. Oh mein Gott, ich kann sterben. Oh, das ist ein Raid. Oh, der Tomac. Oh, der Tomac. Oh, der Tomac. Oh, der Tomac. Oh, ho, 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 ho. Ey, die sind richtig Pros. Turbine ist fix Turbine. Ja. Sind sie rausgekommen? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin der Beste, Alter. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich glaube, ich mache absolut mehr. So ein Schweizer ist absolut gut. Ah, der ist halt eins. Es ist eins. Es ist eins. Alter, der ist ja richtig... Komisch. Ich gehöre Gegner. Ich verspferde deinen Säckchen hier. Du bist eins. Oh! Kann man noch mehrere Wappen mitnehmen? Nein, komm schon! Fuck! Ich hab 9, Alter! Ich hab 8. Ich auch. Ich könnte rühren und dann bekommen wir das Gegner Zombies. Was ist auch ein Entstehender? Oh, fuck, Alter. Komm, wir sind Feuer. Kannst du schaffen? Ich hab einen Vampire. Und das bringt mir der Rucksack. Kannst du mehr aufsammeln. Oh mein Gott! Das Game ist so geil, Alter! Alter, ich sehe mich, wenn zwei Tie-Hart-Skatchi sind. Knöp' das, Alter! Das ist das Shit. Ja, die Zonen, Alter. Das ist schien, oder? Das ist das Shit. Ich sehe dich echt, wenn... ...ippische Sieg hast. Das ist für mich. Ich stelle mir so geil vor, Alter. Ich will die Günen, Alter. Ich hab' ja schon dreimal gehabt. Ich will die Günen. Ich will die Günen. Äh, das sind Gegner. Ja, rapest du einfach, Alter. Was ist das Problem? Ah nein, ist ein Zombie. Ich weiss gar nicht, was das alles ist, was du am Boden noch mal rein willst. Es hat verdammt viel... Es hat verdammt viel... Es hat verdammt viel... Es hat verdammt viel Zeug. So, erste Hilfe und so? Aber es ist verdammt geil, Alter. Es bockt übel. Ich habe Schalldämpferbedarf genommen. Ich habe eine Waffe in der Lobby. Ich versuche ihn übereimen. Ja, ich muss den... Und links siehst alle Munitionsarten. Ja, voll. Es gibt einen Ragetenwerfer. Ich will einen Ragetenwerfer finden. Du kannst hier's auflassen. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Aber du kannst dich mit Einsetzung nehmen. Ja, wenn ich ihn tief stecken kann. Ich muss gehen. Sohne. Ich muss gehen. Ist du da geil oder schießt ihr auf die Zombies? Ich schieß auf die Zombies. Ich kann's auch noch laufen. Ist geil. Ja, komm gleich mal. Ich komme nicht raus, wo der Ausgang ist. Schaschknitzbox, Alter. Wenn's jetzt möglich ist, gehen wir zur Raid. Ey, gehen wir zur Raid, wir gehen zur Raid. Ich bin rausgegumpt. Oh, nein. Wie lange habe ich die Perks eigentlich einschätzt? Oh, nicht gleich, wie die abläuft. Let's go, tschüssi. Es geht zu viele Leute zur Raid. Oh mein Gott, es ist fucking Rage, tschüssi, Alter. Was? Es geht so schön aus. Es steht einfach auf der Map rum. Äh, keine Ahnung, habe ich noch nicht gemerkt. Ich muss L2 halten. Ey, es ist verdammt viel da gelandet. Ich muss L1 halten. Jungs, ich habe das Auto. Money Room, ich gehe Money Room. Ich habe Nate. Ich habe keine Waffe, tschüssi. Die Form ist ein Gegner, er hat auch keine Waffe. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Oh, ich habe Samtex mir selber angerührt. Du hast mich gekillt, oder was? Echt jetzt? Du hast mich safe wieder gekillt, Mann. Du hast aber Samtex gestorben. Wann hat mich so? Kann schon sein. Klar, ich kann sein. Ich habe mich nicht gesehen. Oh, no. Schau dir das an, Alter. Ich habe gerade das Box im Gwettel, tschüssi. Ich habe, glaube ich, ich habe die Karte gestorben. Oh mein Gott. Nein. Ja! Es steht im Killjet! Du! So! Mann! Ey! Lassen wir ihn zuhause nehmen! Ja! Ich habe mal einen Niterwehr, aber ich habe sie nicht, glaube ich, sonst für sie gestackt. Mann! Das ist doch so ein Upser, ey! Die Cheesy geht nur wegen der Erde, Unions. Ey, Mann! Ich habe Totenstille. 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 Was ist eigentlich die beste Waffe? Das ist komplett mit der Zone. Das geht. Ich komme raus, Alter. Ich komme raus, Alter. Aber du kannst einfach nicht in alle, das ist das Problem. Ja. Ah. Ja. Also ich bin ein Geschütz. Kannst du es, glaube ich? Alter. Nur für Leute, ein Raid. Ja, Mann. Ja, links, wo links? Ey, Noah! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir sind alle da hinten. Wir sind da hinten. Wir sind da hinten. Noah! Was? Hör auf! Ich bin da zuerst. Ich bin da mit Rait quitter. Ey, nein. Sicherlich gehen wir Rait, wenn es oben ist. Gehen wir Nuketown Insel bitte! Oh, super, Kug. Ich bin rausgekommt. Da wird so viele Leute haben, Tschüssi. Das ist die neue Delta Delta. Ich berechne immer, dass ich lange mit dem Fallschirm habe, aber ich kann gar nicht lange mit dem Fallschirm. Ich kann voll mit dem Fallschirm irgendwo abhängen, wenn ich runterkriege. Tschüssi, ich möchte mir jetzt so viel gegen... Ist jemand von euch da ein Marvel-Fan? Ja, einmal. Der Start-Screen. Sieht aus wie Shield-Ingut. Ah, Tschüssi, ich bin tot. Haben wir noch keine Waffen? Ich habe keine Waffen gefunden. Wer kennt sich das ja gut? Blaster. Marano. Ja, ist sie auch gut. Ich habe so ein Boss-Battle in der Game. So geil. Äh... RIP, du hast die Therapie. Jetzt ist es. Fieber. Ich habe noch einen IC. Oh, es ist nicht ein Papier. Ich bin unter Bandage, Tschüssi. Wie ist es? Wann? Fuckin' Durm! Oh nein, Fracking Durm. Es ist wuder geil, aber es ist wuder über Fortunes. Irgendwo ist eine Zuse. Kannst du nicht auf tun, bitte. Es macht die Zone. Du sollst schon die Zone geschehen. Oh mein Gott, das ist Jürgen auch beim Panzerraum. Immer noch. Gleich. Ich fahre auch. Mein erstes Kill, Jungs. Schöner Jusy, schöner! Ich muss den Mack jetzt nicht brauchen. Nice Jusy. Ben, wir müssen mit dem Mike looten. Jetzt geht's. Du bist in der Kopf. So über mir, so über mir, so über mir. Sie sind einfach links. Jusy, so wanschlo. Du hast dich nicht gebild. Ah, du Smack-It. Ja. So. Wir haben alle gelooten. So gehört, dass wir auch noch. Smack-It gibt 50 Kp. Ich bin dort. Ich bin dort. Hä, woher? Auf dem Dach? Ich bin auch dort. Da bist du auch noch. Jusy, du musst eine Zone. Die Zone kommt in 10 Sekunden, Jusy. Du bist tot. Komm, du musst etwas machen, dass du looten kannst. Weisst du, er looten 1000 Kp. Hier, das Fahrzeug. Oh ja. Ich glaube, hier wird es dir gefressen. Ich will quitten. Hallo. Nimm den Quatsch schneller. Ey, es wird immer schade, wenn man aussteigt, während man das fährt. Das ist verdammt. Du bist verdammt. Harte, verdammt. Du musst in der Brücke stillstehen. Ja, wahrscheinlich echt. Ja. Sehr vorbildlich auf der Strasse fahren. Doch nicht. Ich kann mal sehen, wie der Noah fährt. Bist du durch, bist du behindert, wenn du das erste Mal fährst. Ich treffe es, weisst du, ich komme durch. Ja. Schön in die Sonne geschafft. Ey, das ist doch die End. Ist das nicht eine Zombie-Map? Ich weiß nicht, ob wir mit der Steuerung irgendwie voll klar sind. Ja, es ist nur das erste Mal. Es sind doch die Zombie-Map-Field. Wir brauchen die Steuerung. Nein, gar nicht. Tschüssi. Schussi. Oh Gott. Schussi. Gehen wir auf Heim-Range. Sonst sei ich nicht einfach Schiss da. Weil das Mech so heiß. Ich nehme mir einen Frogsi, alter Brötchen. Ich weiß nicht, was Leuchttur für den Mech. Ich weiss nicht, was Leuchttur für den Mech. Ich weiss nicht, was Leuchttur für den Mech ist. Oh mein Gott. Schussi hat mir so Disrespekt gehalten. Achtung, locker einen Maid. Oh mein Gott. Schussi, ich habe gesehen einen Maid. Rape ihn, rape ihn. Schussi. Oh, das wäre so viel Heal drin. Ich habe keinen Waffen. Ich habe keinen Waffen. Schussi. Schussi. Durch Heals. Wenn ich jetzt überfallen werde, ist der Toten. Ähm, Inventar? Nein. Wie kann man sich denn schon überdrucken? Schrei. Ich habe doch bei Black Ops 3 niemanden. Ich halte eine Waffe. SG-12. Oh, fuck, das ist ein Schoschgun. H-16. Let's go, 150 Kp. Ich habe den Geräusch gerade gemacht. Was? Du blockierst mich des Todes, Bro? Du hast mich irgendwo ein bisschen gerockt und dann gewartet. Ja, ist das gut. Achtung, tschüss. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Ich weiss nicht, Ben. Ich habe eine Barrikade. Eine Barrikade, wir gesehen. Schreitere. Das ist doch nicht. Man kriegt eine Barrikade. Was machst du? Nimm den. Das ist der balloon. Das ist der balloon zu. Ich schwör. Ich glaube es sind nur noch mehr zwei Jungs. Kann man seine Waffe bearbeiten? Hast du ein Sniper? Nein, wenn du diese Anmeldung aufnimmst. Dann hast du es automatisch, oder? Ach du, schiessen. Nicht schiessen. Jetzt schiessen. Wunderschön Wunderschön Start Das ist meine Kletterhakenpistole Entschuldigung Entschuldigung Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone Das wäre schon eine andere Panzerungsstufe Das ist eine Panzerung Stufe 1 ist da noch eine Wenn ich verbrauche Ähm Oh die Zonen Die vor ist eine, die vor sind zwei Oh Rechts, 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 nein nicht dort Geradeaus, dort, siehst sie, siehst sie Sie gehen ins Auto Ich geh schütze Hock einfach Halt drauf Schiess nicht, ist dumm Ja Ja Ich bin der Er ist One-Shop Wir haben eine Kilo, Bro, ey Oh ja, wie mache ich das? Wir schauen, vier Leute zu Echt? Boah, fünf Gehültrechte, das Monster Schau dir mal runter Was ist das? Hör die Fressraten Wenn ich aber ein Meck habe, wenn ich das Können droppen Ich kann schon hundert Schiessi, du springst nicht Ich hab auch eine Kilo mit Bandages Links, links von dir, schiess Gegen bei mir Dort unten, siehst du? Ja Ja Mann, sagt ihr die Nein, nein, ich sehe gegen die Ahnung Lauf ich zur Schiess Die sind irgendwo da drin Die sind in Stonen am Hang oder so Schau dir, da ist ein Auto parkiert Paranoia benutzen Nein, das ist urbehindert Was ist das? Es kommen einfach immer so Stimmen Ah, da kommt ein Lootropp für sich Pass auf Ich kann ihn nach vorne Rechts, 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 rechts Ich schaue dir Haha, er hat die Safety first Ich habe ihn nicht zu droppen Jetzt würde ich die andere anziehen Inventar aufmachen und dass er Land Dann greift er einfach Nicht gerne Du hast es nicht geild Was brauchst du? 3 Oh my god Ah, tschüssi Ich wollte gewinnen, Alter Jetzt muss ich die Zehnste gewinnen, Alter Du bist halt instant Ich habe meine Aufsätze jetzt nicht Ich schwöre, ein bisschen mehr Leben können es machen Du kannst sie abnehmen, bevor du die Waffe drobst Hany, ich habe die Waffe wieder droppen Und sie abgenommen, ich weiß nicht was hin Ah, Noam, ich habe es tief genug Ich habe meine, es braucht niemand Daher Ich habe schnell ein Magazin und ein Visier Und ich habe mir etwas gehört Ja genau Nein, es ist einfach ein Visier Oh Mann, Alter Wieso kann ich... Es sind drei Druckerfälle Ich habe jetzt nicht auf den Griff Halt, dann kann ich die Scheiße Ich hätte nur gerne, wenn es Charakter gäbe Aus anderen CODs Ja, aus anderen CODs Ja, aus anderen CODs Ja, aus anderen CODs Egal, auf der Waffe Aber ich bin... Ich bin... Zombie-Gefahrer Aber ich habe was drin Aber die kannst du nicht spielen Aufklärungsfahrzeug Achso, die kannst du irgendwie nicht auswählen Ich verstehe Ah, das ist zumindest die Gründel, glaube ich Also... Level ich schon noch nicht Warum? Keine Ahnung Ich kann weiter mit dem Geil lieber schnell reden Mit dem Side-Cut Ich bin vorne Wollt ihr? Komm, da hinten die Scheiße an, Alter Wollt ihr? Hit Für das Auto nicht Boah, ich habe den Falsch gehittet Hit 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 Häh Oh, wo bin ich? Hey, hey hey Ach, hier ist die Pfand nicht Fichtiger, Alter Fichtiger, Alter Gehen wir in den Bahnhof. Abmüssen. Die Mission läuft. Los, los, los. Ding, ding. Trefft. Finish, 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 finish. Kein genug. Er kommt fünf Tage zum Heilen. Ja, was soll ich machen, Alter? Es ist so schwierig. Sehr schön für dich, Alter. Aber ich habe das Gefühl, du bist viel zu schnell down. Ja. Ich meine, ich kann nicht checken. Ich habe 150 Level fast. Ja. Wir hoffen, dass wir genau gleich stark wie normal online. Bevor wir es jetzt so... Also noch vier Runden. Ich bin mir vorhin. Jetzt mal hier ist weg. Ja. Wir schwingen gar nichts. Jetzt schweiß ich, wo sind wir hier? Oh, bei mir ist ein Gegner schweiß ich unter den Waffen. Oh, fuck off, Alter. Ja, fuck doch selber off, Alter. Fuck dir, ich kann es auf, Alter. Im Haus drin. Zwei, zwei, zwei. Ich könnte auch mit dem Benno spielen, Alter. Ja, doch, klar, klar. Das ist doch enter, Mann. Das ist doch ein Mensch, Alter. Ja, Mann. Du bist hier... Kannst du noch einmal, Mann? Ey, Marano! Möchtest du einfach... Ein, Einzels spielen? Wow. So ein geiles abbiamo, Mann! Das ist die Vila von Stronghold. Es geht aus einem Fringehaus. Die Vila von Stronghold ist wirklich genau gleich. Ja, das Fringehaus ist schon genau gleich. Es ist richtig heftig zu machen. Alter, ohne Scheiss. Dann haben wir uns gewehrgelassen, wenn wir unser Zweck erst gemacht. Schöner an den YouTube-Floch. Die Schirr-Schirr-Schirr sind alle öffnet. Wir sind am Boxen. Komm Rana, komm hierher, komm. Du denkst du bist der Mayweather. Snacks now. Jungs, Snacks now. Gehen wir da. Gehen wir da. Oh, schau, das Start ist das mal über Rage. Ich bin bei Raid. Ich bin bei Raid. Oh mein Gott, Alter. Echt nicht. Ich bin bei Raid oben drauf, Alter. Ich steu ganz auf dem Ding oben. Ich steu auf dem Kreisel oben. Ich steu auf dem Rock. Mir ist egal. Newtown Island bist du echt tot. Du bist echt schnell tot, Alter. Du bist echt schnell tot. Es ist echt schnell zu Not. Es bist echt schnell zu Not. Oh mein Gott, da alte Zeit, Alter. Es ist halt genau gleich wie Raid, Alter. Es ist halt einfach Raid, Alter. Ey, Baustein ist auch so krass, Alter, es ist so riesig, Jungs. Alter, ich tue jetzt das Game wochenlang tryhard, Mann. Ich nicht, Alter, ich installiere und lasse es neu runter. Nice, Alter, mach, Alter, cool. Ich muss auf mittleren Haus, also. Boah, tschüssi, schau, Alter. Da hinten ist einfach so... Zeug, Alter. Man geht zu Arads, ist ja richtig gut, Jungs. Haha, tschüssi. Geh mal auf deine Spritze durch, Alter. Ich hatte noch einen Panzer, Freunde. Hey, tschüssi. Danke für den tschüssi, du hast kaputt gemacht. Hey, tschüssi, geh mal Basketball spielen. Tschüssi, komm mal Basketball spielen, Alter. Oh mein Gott. Im Ding ist das gegangen, weißt du noch? Du hattest das so kniffen. Und du hattest reintreffen. Raus nach dem WC. Oh, schau, da kannst du rausgehen. Gut heftig gemacht, Alter. Wie geht der? Oh, ich hab mich nicht mehr als Nase. Fass, fripp, tschüssi, Alter. Wohooo. Da hinten. Success rate, hochhaltig. Ah, okay. Nice. Cool rate. Cool rate. Das ist das. Ich hab mich gelesen. Dann schnell wie ich mich wache. Wache. K2. Shotguns, Juni. Woher gehts? Nein, gehen wir die Hals sperren! Ah ja, die Hals sperren! Auto? Es hat so viele Leute gehört, Shizy. Oh mein Gott, alle sind rausgegumpert. Ey, ich wollte jetzt ausprobieren, ob ich von oben runter kann. Oder ein Heli? Ich lande da oben dran, ist gut. So, das Spiel wird zu mir schon mal. Ist ein Flugzeugesfett? Ist ein Flugzeugesfett? Ja! Ey, ich kann es nur runtergehen. Ey, Shizy, ich probiere jetzt runter zu kumpen, vielleicht sterbe ich. Was ist Konsument? Äh, ich sterbe, Shizy. Kann ich doch mit dem Smart fahren, bitte? Jungs! Ihr habt doch alle den Trailer gesehen, oder? Im Trailer kommt er doch... Ja, ich habe gemeint, vielleicht kann ich den Winstead auftun. Im Trailer kommt er doch ab dem verdammt, aber... Ja... Wieso kann er jetzt... Wieso kann der Winstead auftun? Ja, ich bin gerade vom Damm runtergekommen, dass er keine Winstead auftun. Stürme? Ja! Schau, wie ich da runterkomme. Ey, du schaffst es niemals, wenn du das schaffst, Alter. Das schaffst du niemals. Das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Wie ist es, es wird zu knapp. Auf dem WC hat es nie Loot, Jungs. Was ist das? Nein, es wird nicht knapp. Du schaffst es. Das WC ist nicht, zum looten heute. Sondern einer, geh rein zu Hause heute. Hast du Heels? Warte, ich habe selber Heels. Ich habe 8 Jahre mehr zuhause, eigentlich. Willst du ihn aufsetzen? Ich habe ein Kerli. Ich habe einen ICR, Alter. Let's fucking go, Alter. Ich habe einen Kaliber 12. Ich habe einen fucking Nitro. Ey, Tschüssi, es gibt Motorböte. Hol mir das, die sind safe da. Schau, einen Gabelstabler. Tschüssi, du kannst den Safe fahren. Komm. Schau, ob es irgendwo ein Schluchboot hat. Oh mein Gott, schau, wie riesig das ist. Es ist viel zu gross zum Teil. Real Talk. Es braucht mehr Gegner. Es braucht mindestens 100. Ich habe einen Sniper, Alter. Ich habe einen Rücken. Ben. Ich habe ein Ben, ey. Alle Sniper sind Iron Sight. Du musst immer ein Visier finden. Jaja. Ich kann uns gleich zu suchen. Ich habe einen Rucksack. Kann ich jetzt mehr Waffen mitnehmen? Ja, fuck. Waffe nicht. Waffe nicht, nur nur die MONEY und Köder. Ey Gegner. Ich habe einen Sniper-Reit-Market gekriegt, ich muss es ernst, tschüssi Erst One-Shot, erst One-Shot, er finischt mich, erst One-Shot tschüssi, erst One-Shot tschüssi, erst One-Shot tschüssi, erst One-Shot, tschüssi, erst One-Shot tschüssi, ich will nur sagen, erst One-Shot Wo? Sorry, habe ich da gekriegt? Fuck... Ich habe einen Sniper-Reit-Market gekriegt, alter, richtig quickscoped Ich bin verdammt laut Ich bin verdammt laut Ich rufe durch Ich rufe durch Ich rufe durch Knapp Ich rufe durch die Sniper Knapp Ich habe mit der Reit-Market gekriegt, jetzt ernst Hatch-Steuerung ist gar nicht so scheiße, das ist nicht so schlimm Ich finde es hauere komisch Jetzt hören wir da schnell aufs Bankse Sniper Sniper Ich rufe durch denidelity Sniper Wurre Verste Du wirst halt nicht, wenn wir fahren, aussteigst. Hey, das ist das nicht so. Alter, wir sind jetzt... Tschüssi, wir sind alle Fahrzeuge gefahren, wo es geht. Ich will nicht über Wasser reden, alles läuft. Hey, wieso ist das verkehrt? Es ist verkehrt, Tschüssi. Ich habe geblieben den Streamer gehört. Tschüssi, hey Jungs, Alter. Tschüssi findet ein Schlauchboot. Er ist einfach verkehrt im Wasser. Die Sitzplätze sind im Wasser drin. Der Helikopter... Oh mein Gott, es ist so buggy. Hä? Hä? Es ist so verpackt. Das Schlauchboot ist so verpackt, Jungs. Komm mit dem Zombie, du hast es gehört. Du hast es gehört, Tschüssi. Hallo, Zombie. Gib mir Loot. Let's go, Tschüssi. Du kannst nicht den Marano-Sniper. Du hast mich auch geblieben. Gib mir das Blatt-Kit, bitte. Gib mir das Blatt-Kit. Boah, schau mir noch an, wenn er das Ding einmal driftet. Ey Jungs, ein fettes Auto kommt zu fahren. Ey Jungs, wo habt ihr die Stronghold-Villa gesehen? Ich bin abschossen. Zombies von... Was? Aha. Gib mir das an, was auf der Map ist. Ich bin abschossen, ich bin fettes abschossen. Ich bin tot. Es sind gegen ihn da, Jungs. Ja. Schaffst du nie einen Sniper? Ich bin auch tot. Bro, ihr stirbt nicht! Boah, ihr killt. Kann man auch etwas anderes als 13 werden? Ich bin schon eigentlich nichts. Ey, ich habe ja gehört. Bitte. Hallo. Bist du nicht gut oder so? Ja, Mann. Ah, ja. Du musst mal fahren. Die Töne ist erster. Was? Ich bin nicht gut. Auf dich halt schossen, Schüssi. Ja, was ist das? Parkier dein Boot, Ahoi. Was? Achtung! RIP! 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 Einfach überfassungsvoll! Ja, hol, 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 hol! Schön, schön, schön! Seine Mate noch? Seine Mate! Nein! Nein, nein! Tschüssi! Nein, Tschüssi! Nein, Tschüssi! Nein, Tschüssi! Nein, Tschüssi! Nein, Tschüssi! Das ist so jokig! Ich wollte einen bauen! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, Tschüssi, Alter! Das ist alles komplett! Ich bin Pilz! Ich bin auf dem Ort, mein Freund! Ah, fuck! Noa, es ist echt nicht lustig! Ja, ich weiss, was er eingeschickt hat mit dem Schicksal! Ah, nein! Ah, Tschüssi, wenn wir gewinnen! Ich hab gemerkt, ich werde so überfahren! Weisst du, gell, du könntest einen Lastwagen da fahren, Ben! Wer boxt mich? Hallo! 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 Du boxt jetzt dritt auf mich! Viert auf mich hin! Oh, das war's komplett, Ben! Leg it out! Weisst du, gell, wenn wir Spezialisten suchen, wir sagen, warte doch nicht! Es hat ja schon Spezialisten! Gell, mit Fluss statt! Kannst du Grappling holen, Kanter? Gell, mit Metro! Sage Metro! Es ist eben nicht Metro! Echt? Nein! Es ist schon in der S, schon in der Expresso, das Fleck aufs 2! Äh, Marano, wie er fliegt da? Ja, ich habe ja! Ich habe ja die Haftung auf eine Schlauchböde und... Ich habe ja die Haftung auf eine Schlauchböde und... Du hast schon zufahren, Herr Fels. Ähm, da sind ein paar andere Fälle. Habt ihr schon mal Helikopter geflogen, Jungs? Nein, Alter! Ich schon, Jungs! Nein, so cool! Ich habe noch nicht gesehen! Gehen wir zu Factory, Jussi! Oh nein, gehen wir Dachs! Gehen wir Dachs, gehen wir Dachs! Boah, das wird's ja auch anzig! Ey, Science, gut! Kannst du ein Tomahawk? Oh nein, ich habe noch einen Schwertfisch! Jungs, ich verfolge einen! Ich habe keine Weapons! Oh mein Gott, Dachs ist fräck! Blockto... sorry! Tschöne, Ben! Oh nein! Ich bin zuhyped, Alter! Ich soll nicht denken, dass ich dich mal lauten kann! Nein, nein, ich bin nicht Morano! Oh, habt ihr die Morano gesagt? Oh, ich habe wieder einen Schockgang! Ich habe einen Stolperfall, Jungs! Ich gehe jetzt abpacken! Ich hätte mir vielleicht noch einen Map aus Black Ops 3 gewünscht! Ein Komplett gibt es nicht, oder? Es gibt einfach so... Es gibt Fringe, es gibt Stronghold, wie wir gesagt haben! Ich habe nur geschaut, dass ich ihn ausprobieren muss! Ey Jungs, sieh uns alle! Tschüssi, ich kann schon wieder keine Waffe! Ich würde sterben! Ich würde sterben! Morano, tschüss noch! Ich glaube, wir sind geistert! Ich habe nur Waffe aufsetzt! Seid du geistert, Morano? Aber es sind vielleicht noch mehr hier! Ich habe eine Waffe! Ja, vorne im Haus! Bei 210, etwa! Ja, jetzt ist der Rechter! Ja, jetzt ist der Rechter! Wir müssen den Gegner irgendwo! Ich habe einen! Und der Steine in der Steine! Ich bin tot! Er hatte halt nichts! Ich konnte nichts lauten! Er hatte nichts! Er hatte nichts! Er hat Rüstung, Alter! Rüstung, Fakt 2! Ich höre noch von der Seite abgeschossen! Ich höre noch von der Seite abgeschossen! Ich habe zwei! Alter, das Witz ist richtig dreckig zum lauten! Da! 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 Er hat Rüstung, er schafft runter! Ich habe drei! Da! Er hinter dem Steine in der Kolb! Ja! Alter, ich... Oh mein Gott, ich bin im Cargohäuse in der Mente! Ich habe keine Hilfsdacht! Ich höre! Hier hat es noch eine Laute von einem! Tschüssi, wo bist du? Wir müssen uns ein bisschen zusammenspielen! Wir können hier eine Scheissrunde, Alter! Wer hat ein paar... Ich habe eine Kiste gefunden! Was für eine Kiste? Ist gut, ich kann es nur noch... Eine Kiste? Was hast du denn gehabt? Heftiges Zeug! Ich habe auch gefunden! Die ist nicht heftig! Ich auch! Alter, ich kann... Boah! Toni, du auch übel den Scheiss! Tschüssi! Ich... Tut dir alles geklaut! Es ist gut! Mein Inventar ist voll RIP! Nein, gerade nicht! Oh, ich habe einen Sam-Tag! Noch einen Sam-Tag! Noch einen Sam-Tag! Fuck, Alter! Ey, irgendwo muss ich noch einen Mate haben von ihm, weil ich einen gegrapt! So, ich habe ihn jetzt noch beenden, Tschüssi! Alter, ich kann mir noch auf das fucking Schiff! Kommen wir dann auf das Schiff, Tschüssi! Ich habe noch einen! Ich habe noch einen! Weisst, was geil gewesen wäre, Tschüssi! Kannst du aus Black Ops 2-D-Schiff-Map? Hi-Check! Nein! Okay! Okay! Mal! Hi-Check! Stell dir vor, dass es ein Hi-Check wäre! Das ist ein Gegner, Tschüssi! Von hinten! Ah, du hängst mich aus! Du Pippen! Ah, fuck! Es ist die Mischung! Ah! Gönn dir den Loot, Tschüssi! Gönn dir den Loot! Gönn dir den Loot! Ich habe 200 Health! Hä? Ja! Ich schiess den Tschüssi an! Ich habe 200 Health! Hey Tschüssi, geh einfach! Du hast doch einen Sniper! Dort springt einer! Wo, Ben? Ben? Ben! Ah, du! Ah! Ah! Hey, Jungs! Ah, ja! Red Health! Schaut mal auf die Web! Ihr seht doch Cargo, oder? Hey Tschüssi, es kommt einer Stift! Er holt mich! Er holt mich! Er holt mich! Oh, mein Gott! Ich habe mich rausgenommen! Ich habe rausgefallen! Ich habe rausgefallen! Achtung Tschüssi! Da vorne ist einer! Da vorne! Jungs, wir müssen hier eine eindeutige Regeln aufstellen! Sonst kann ich jetzt auch... Er ist schon auf dem Schiff oben! Er ist schon auf dem Schiff oben! Jeder lautet nur, der, der, der killt! Das ist ganz einfach! Ja, und dann kann der andere sagen, so... Jungs, ich kann noch etwas! Und ihr könnt den Rest noch holen! Ich weiß nicht, wo er durch ist, Tschüssi! Es macht mir unglaublich Angst! Vielleicht ist er auch wieder runtergegangen! Ja, Auto! Carruze! Er steht das Ding hochgelaufen! Ich kann ihn mir hängen! Eigentlich hasst er das Auto! Ey, Jungs! Bei Cargo hat's ein Schiff! Jungs, was sind gelbe Waffe? Nein, Tschüssi! Ich bin am Schiff gekommen! Ah, ich bin bis Wasser gekommen! Zum Glück! Ah, du! Die gelbe Waffe ist etwas Bettes! Ich weiss nicht! Keine Ahnung! Erzähl mal! Ey, aber stell dich vor! Bei Cargo hat's ein Schiff! Stell dich vor! Das Schiff war hijacked, Jungs! Das wär geil! Das müssen sie machen, Alter! Ich seh so Geister! Ey, Tschüssi! Ich will sonst sterben! Jungs, ein Böckchen! Jungs, ein Böckchen! Da schiesst ein Paar bei mir! Jungs, ein Paar bei meinem Haus! Ja, genau! Keine Ahnung! Bei welchem? Oh mein Gott! Bei dem gerade vor mir! Jungs, komm! Jungs, komm! Im Haus runter! Du schwimmst ja auch 300 kmh, Alter! Nein! Nein, Tschüssi! Da bin ich nicht! Fuck, Tschüssi! Wo sind wir? Alter! Pettig, die alle Waffe hat! Voll weg! Ist voll weg! Alter! Was ist so ein blauer Strich dort? Hallo! Gange doch auf! Hallo! Ich kann nicht einsteigen! Ich kann nicht einsteigen! Nein! Ich kann nur Scheisslaufen! Ja! Du bist jetzt in Böckchen! Du bist jetzt in Böckchen! Ja! 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 Oh mein Gott! Zwei HP! Zwei HP! Ohh mein Gott! Ich bin komplett! Nee! Nein! Nicht die Magies! Ich weiss nicht, ich benutze irgendein Traumakir- Oh, oh was? Oh, was? Das habe ich vorher benutzt. Da ist noch ein GZ. Er facht er über die Halt, das ist so geil. Ich bin richtig abgehoben. Warte, warte, warte. Komm, Ben! Oh, Ben! Oh, ha, ha, ha! Noir! Ich habe gesagt, ich mache Willi. Tschüss! Hey, hier ist die andere, ich checke es nicht so ganz. Nein, das ist doch echt dreckig. Scheisse, Junge. Was haben wir gemacht? Haben wir wieder Stealth angefahren? Nicht, oder? Boah, hat der viel Scheiss gehabt. Ich habe mich da rein, übrigens. Aber ich will das scheiss Visier nicht. Kannst du drabnen? Wo? Ah, da, da, da. Oh, hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! O.N.G 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 Ey, wenn du mit einem geile Waffen findest, stimmt sie Du bist voll equipped mit dem Aufsatz Ey Jungs, Alter, ich habe schon wieder so einen heftigen Double Kill gemacht Oh mein Gott, Alter, ich bin so richtig so richtig Grady Squats zu rape, Alter Wie ein Double Kill am Angeln Es ist richtig schön da Mir gefällt es Aber schau, dass die Blut da Ja klar, aber es sieht schön Jetzt kommt noch zu den Zombie Ich bin so richtig Wie ist die Kinder? Oh mein Gott, sorry Marano, es ist mir so leid Es ist mir so leid Zombie-Strucker Du bist hier Bro, bin ich verschrocken, Alter Machst du etwas zu dir? Ich auch, ich kann nur einen Schritt neben mir Hei nicht Nein, Schlocki verborgen Jetzt war der Trafé Wie machst du das? Oder Schuhraten Äh, Jungs, Jungs, Jungs Schatz Schatz Von Nordwesten Die treffen mich nicht Ja Von wo? Ich weiss nicht hin Ich weiss nicht hin Ich weiss nicht hin Ich weiss nicht hin Ich komme da vorne irgendwo Ich komme nach Westen Westen oder Westen Hier oben auf dem Team Ja Ober am Stausamm Ober am Stausamm Ober am Stausamm Oh mein Gott, die Kachbar Zero Shack Ich bin hier Ja Ja Es ist kein Schloss zum Aufhängen Sicher das Missionskirchen Sicher das Missionskirchen Meinst du? Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Aber äh, äh, äh Where is dropping point? Fracking-Turmbild sind wir noch nie gesehen Oder Anlagen sind wir noch nie gesehen Oder Anlagen sind wir noch nie gesehen Äh, Lander, wie Gott Geh mal Anlage Ja, isch everything I got Bro, where's in the field Was ist das? Keine Ahnung We're back there Ah, Blackboards 1 Ah, Blackboards 1 Ein Jungs, der sieht sich, eh Kennt man die, Cheesy Ich bin geflasht Ich hab... Ich hab... Ich hab... Es kommt ein Nade Ah, da war sehr oft ein Spawn Wie der... Ich hab von vorne abgeschossen Du findest nur riesige Lagerhalle Da wird's locker recht viel scheisse Oben Oben Ja, dort oben Ja, dort oben Ja, dort oben Ja, ja, ja Bei mir ist schon einer Er hat schon noch Waffe Ich hab keine mehr Ich hab keine mehr mehr Ich muss die Töne umgeben Ich muss die Töne umgeben Er hat mir so schnell droppt Er hat mir so fucking schnell droppt Er hat mir so fucking schnell droppt Er ist der aber gekillt? Nein 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 Nein, ich bin von der Seite Was für ein Geld heute? Ich kann auch den Shotgun Ich bin gleich runter, ich bin tot Ich bin gleich runter, ich bin tot Ich bin drinnen Ja, ich bin neu Zu oben Zu oben Wie? Ja Ah, RID Ah, viel Narwalt Die haben keinen Heals, oder? Doch Nee, gar nicht Zone Zone Das ist ein Scheissort Das ist wirklich ein Scheissort Das ist wirklich ein Scheissort Oh fuck, wenn wir jetzt ohne gehen Jungs Ja, ich kann nicht totale Ablegen Du musst auf X drücken Vielleicht 5 Ey, bei mir Zähle einen anderen Charakter aus Das sind sehr viele Das sind sehr viele Ich gebe es an Wir sind hinter dem Zonen Ich weiß Ich weiß Er will es sein Wir sind gerade neben mir Ja, ich habe einen vor mir Wir sind alle bei mir Ah, einen Ah, einen Eine 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 ist schon runter Für nicht Wo runter? Eine ist unten Ingo wie er kann Sie fliegen wie er kann Ja Oh mein Gott, das war's komplett geschehen! Oh no! Warte, geht raus! Auf dem Dach wieder, immer noch! Wir sind ja da! Zero gels! Eigentlich im Wurzeln! 0% Wir sehen nicht, wir haben das erste Gameplan von Apo Red! Kann er! Oh mein Gott, ich bin so gut! Neuer Rekord mit neuem Skin! Ich hab keine Munition mehr! Ich hab keine Munition mehr! Oh mein Gott! Ich hab nicht geslifed! Schön, steig aber rein! Nicht daneben! Ich hab nicht schnell gelautet, ich hab keine Munition mehr! Ja, ich hab nicht schon gelautet! Oh fuck, wir würden wirklich los, Alter! Alte Jungs, ich hab nicht geslifed! Wir schaffen schnell mit dem Boot, wir müssen aussteigen! Ja, wir müssen aussteigen! Ja, wir müssen aussteigen! Ja, danke für die Demons, Alter! Ja, ich hab keine Demons bekommen! Das müssen wir uns auch fixen, das ist scheisse! Nicht schrecklich! Oh! Ich brauche jetzt alle... Äh, nein, ich hab das Perks auch nicht hier, Alter! Äh, tschüss, ich muss auch neu starten! Mein Schockabuck kann nicht mein Game! Das ist scheisse! Ich bekomme dir die Heils, Alter! Ja! Das ist scheiße! Nein! Ja! 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 Ja!